Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier der Uli für euch am Start und zwar mit einer neuen Stream-Ankündigung für morgen den 26. am Donnerstag um 18 Uhr auf www.twitch.tv slash die Aufregers. Ich möchte gerne wieder mit euch ein bisschen Half-Done spielen. Es ist jetzt ein neuer Arena-Modus da. Ja, ich weiß, so ziemlich jeder Zweite macht das jetzt gerade irgendwie on Twitch, aber ich denke mal ein, zwei Runden machen wir. Auch gar nicht so lange Half-Done. Na klar, noch ein bisschen Leather dabei. Ich habe einen tollen Highlander-Mage praktisch empfohlen bekommen, der wirklich wunderbar ist. Ich habe es bis auf Stufe 7 geschafft tatsächlich mit dem, was für meine Verhältnisse recht viel ist. Ja, ist egal. Und genau, ab 21 Uhr möchte ich dann gerne Warcraft 3 spielen mit euch, weil wir erstmal eben nicht so viel geschafft haben und da von 21 bis ungefähr 1 Uhr. Und genau, dann sehen wir uns morgen, 18 Uhr auf www.twitch.tv slash die Aufregers. Tschüss.